Wir sehen es wenigstens noch. Ein bisschen. Ist mir verpufft. Ja, ein bisschen kann es doch ganz so sehen. Das ist ja wirklich nicht da. Ich habe es geeint, dass wir hier drin sitzen. Scheiße, das Feuer ist da. Wir sitzen schon hier drin. Jetzt sieht man es eh nicht mehr. Jetzt sind wir schon so weit um. Ja, es geht noch ein bisschen. Teile ist ja geil aus. Teile auch. Doch, das ist immer noch. Man hört keine Feuerhörige, gar nichts. Man kann immer noch ein bisschen blitzen sehen. Guck hin, Frank. Ja, jetzt sind schon die Felsen davor. Ach, schön. Wahrscheinlich, dass sie diesmal keine Neonröden dran gemacht haben. Wie im letzten Jahr. Wo man den Unterboden gesehen hat. Ja, bloß eben diese beiden. Wir sind aber hochs Himmel gekommen, der hat eine Glasplatte. Das hat die doch auch. Ne, das ist eine Rote. Richtig, das stimmt. Ja, jetzt sieht man nichts mehr. Ne, bloß noch ein paar Blitz, Blitz. Ja, so ein... Naja, wir haben es doch eh gleich geschafft. Ja. Mal noch ein kleines bisschen... Doch, jetzt hier wieder. Jetzt hier, hier, hier. Jetzt einmal. Wenn sie die Lipponen schießen, dann sieht man wieder mal. Ja. Boah, Alter, blend mich nicht so. Ne, das ist gewaltig. Boah. Du blöde Stütze, hör auf mich zu blenden. Boah, Alter. Boah. Achtung, Überläufer. Das sieht ja geil aus. Guck mal, wie hell die beleuchtet ist. Guck, guck, guck. Guck, guck. Man merkt so richtig die Amplituden, die so runter ist. Das ist second schein. Ja. So, Achtung, wir fahren in der Talstation ein. Oh, Mann. Ziehen wir schon da jetzt noch? Ja. Mensch, bremm's ab. Oh, Mann. Nervenzerfitz. So, gute Heimfahrt, ne? Danke ebenso.